Heute berichte ich von der Messe in Salzburg der Hohen Jagd- und Fischerei, die größte Jagd- und Fischereimesse in Österreich. Wir werden uns im Besonderen die Fahrzeuge anschauen, die für die Jagd und Fischerei geeignet sind. Allradfahrzeuge. In erster Linie waren natürlich Waffen ausgestellt. Waffen, Jagdzubehör und Fischereizubehör. Das war eigentlich das ursprüngliche Motto der Messe. Die Allradfahrzeuge gewinnen jedoch immer mehr an Bedeutung. Vom großen Allradfahrzeug bis zum kleinen Lader mit Zubehör war alles. Die Firma Spindelbeck war mit Canon vertreten. Die Firma Gruber hat die Marke CF präsentiert. Die Firma Von Blam hat auf zwei Ständen die Produkte der Firma Polaris und Camso sowie Zubehör ausgestellt. Das war alles Schluck wie darin entfernt. Die Firma curse. Das war zuerst vor Normal-Mere失 Allradfahrzeuge aus russischer Produktion und interessante Einbausysteme wurden ebenfalls präsentiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ebenso wurde Forst-Zubehör für die ATVs und Zubehör für die Minden von der Firma Vonplan präsentiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.